Was ist Energie und wie gut etwas energiemässig ist? Eine Energieetikette ist für mich eine objektive Einschätzung der Energieeffizienz von einem Gerät. Die Energieetikette zeigt den Energieverbrauch an. Rote Pfeile bedeuten hohen Energieverbrauch, grüne, dunkelgrüne Pfeile einen niedrigen Energieverbrauch, das heisst hohe Energieeffizienz. Die Pfeile sind zudem mit Buchstaben versehen. Ursprünglich war es so, dass die schlechteste Energieeffizienzklasse mit dem Buchstaben G gekennzeichnet war und die beste Energieeffizienzklasse mit dem Buchstaben A. Nun wurden die Geräte aber immer effizienter. Es reichte bald nicht mehr aus, die besten Geräte mit einem A auszuzeichnen. Deshalb musste die Energieetikette überarbeitet werden. Kühlgefriergeräte, Waschmaschinen und Geschirrspüler. Diese drei Gerätekategorien erhalten nun eine beste Klasse, die im A++++ ist und als dunkelgrün gekennzeichnet ist. Letztend hat mich eine Energieetikette so beeinflusst, dass ich eine Sparlampe gekauft habe, anstatt eine normale. Es würde mich beeinflussen, wenn ich ein neues Gerät kaufen würde. Ganz neu und aktuell ist die Energieetikette für TV-Geräte. Das TV-Gerät ist das erste elektronische Gerät, das mit einer Energieetikette ausgezeichnet wird. Die heutige TV-Etikette geht bis zur Klasse A und ist dunkelgrün. Es ist aber vorgesehen, die TV-Etikette schrittweise zu verschärfen. Das heisst, in drei Jahren ist Ihr TV-Gerät zwar immer noch in der Klasse A, aber nicht mehr dunkelgrün. Der Sinn einer Energieetikette ist, dass die Verbraucher wissen, wie hoch der Energieverbrauch eines Gerätes ist. Der Sinn ist eine zukünftig nachhaltigere Benutzung oder Nutzung von Energie. Die Energieetikette ist für mich sehr wichtig, dass ich schauen kann, wie viel Energie das Gerät braucht, weil ich das sonst ja nicht wüsste. Achten Sie beim Kauf eines Geräts auf die Energieetikette und wählen Sie ein effizientes Gerät aus. Dies hilft der Umwelt und auch Ihnen, indem Sie Stromkosten sparen. Weitere Informationen zur Energieetikette finden Sie auf www.energyday.ch Untertitelung des ZDF, 2020